Na ihr, die Wiener machen Frühstück. Neuer Tag, neues Glück. Heute werde ich anfangen zu mauern im Erdkeller und schauen wir mal wie weit wir heute kommen. Wir haben jetzt relativ früh, ist noch ganz schön frisch, aber heute wird ein schön sonniger Tag. Ich werde wieder so ein Zeitraffer Video, ihr könnt da mitschauen. Viel Spaß. Aber jetzt müssen wir erstmal, ja Mörtel müssen wir machen. Mörtel. Ah, hier habe ich euch noch, kann ich euch noch zeigen. Da haben wir schon ein bisschen, genau hier seht ihr, haben wir schon ein bisschen, die Kinder haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Haben hier schon ein paar Steine reingebikt. Bevor ich jetzt anfange zu mauern, muss ich hier die Ränder, mache ich Kies hin und tue das noch befestigen. Damit da ein stabiler Rand ist, weil die Ziegel hier ein bisschen breiter rausgehen als wie dieses Streifenfundament. Genau. Aber jetzt machen wir erstmal Mörtel. L, L, L. Mörtel. L, 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 L. Untertitelung des ZDF, 2021 Ah, falsch! Die waren noch auf Betonieren. Jetzt habe ich Kies reingeschmissen anstatt Sand. 1, 2, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 1... 2, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 3, 2, 1... Musik 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 So Für heute machen wir Feierabend. Jetzt haben wir ein bisschen was geschafft. Jetzt ist es ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs rein. Die ist da hinten alles geschafft zu mauern. War eine Heidenarbeit. Machen wir morgen weiter. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.